Am frühen Morgen des 6. Juni 1944 landen 150.000 alliierte Soldaten in der Normandie. Diese sogenannte Operation Overlord wurde in England jahrelang vorbereitet. Sie soll die deutsche Besetzung Frankreichs beenden. Mit 5.700 Booten, 12.000 Flugzeugen und tausenden Fallschirmjägern ist es die bis dahin größte militärische Operation der Geschichte. Tausende Stunden Filmmaterial und Augenzeugenberichte über diese Schlacht sind erhalten geblieben. Sie erinnern an die Männer, die ihr Leben für die Befreiung Frankreichs opferten. Über 70 Jahre später werden noch Spuren der D-Day-Kämpfe entdeckt. 3D-Technologie und neue Feldstudien werfen ein neues Licht auf Landung und Kämpfe. Archäologen, Taucher und Höhlenforscher erkunden die Region auf der Suche nach vergessenen Orten und Artefakten aus der Zeit des Krieges. Hunderte von Bunkern an den französischen Küsten erinnern bis heute an den Zweiten Weltkrieg. Heute sind viele davon eine Touristenattraktion. Doch während des Krieges gehören sie zu einer wichtigen deutschen Verteidigungslinie. Adolf Hitler selbst befiehlt den Bau des sogenannten Atlantikwalls. Dessen Befestigungen erstrecken sich von der spanischen Grenze bis nach Nordnorwegen. Sie sollen Deutschland vor einem Einmarsch der Alliierten schützen. In der Normandie werden vor allem Häfen wie Cherbourg, Dieppe und Le Havre von den Deutschen zu Festungen ausgebaut. Ihre Bunker entsprechen genau definierten Standards der Organisation Todt, in der Ingenieure des Dritten Reichs arbeiten. Form, Bauweise und Grundriss der Bunker sind standardisiert und Codes stehen für die verschiedenen Bau- und Nutzungsformen. Zur Verteidigung der Küste braucht das deutsche Heer Geschützbatterien mit Kanonen, Munitionsdepots, Kommandoposten, Mannschaftsunterkünften, Lazaretten und Funkstationen. Sie alle müssen mit Wasser, Strom und Telefon versorgt werden. Allmählich entsteht eine unterirdische Betonstadt aus Bunkern an der Küste der Normandie. Nach dem Krieg wächst Gras und Gebüsch über diese Bauten. 70 Jahre später untersuchen und kartieren Archäologen die Bunker des Atlantikwalls. Auf den Höhen bei Cherbourg liegt ein Geschwader-Gefechtsstand der deutschen Flugabwehr mit dem Kürzel L434. Ein Luftbild von 1947 zeigt noch die Form des Bunkers und seine Anbauten, die heute nicht mehr sichtbar sind. Die Archäologen Ludovic Lagayard und Elise Seillet leiten die Untersuchung des Gebiets. Zunächst wollen sie sich im Bunker ein Bild von seinem Erhaltungszustand machen. Er ist wirklich gut erhalten. Ja, etwas feucht, aber in sehr gutem Zustand. Wir können auch die Abdrücke der Schalungsbretter sehen, in die der Beton gegossen wurde. Weiße Farbe, ein Metalldach. 70 Jahre sind vergangen. Doch die Gebäude sind so perfekt erhalten, als wären sie gerade erst verlassen worden. Dann erkunden die Forscher die anderen Betonbauten in der direkten Umgebung des Gefechtsstands. Auf dem Luftbild sehen wir kleine weiße Punkte an den Enden dieser Gräben. Das hier ist so ein weißer Punkt, ein sogenannter Tobruk-Stand. Das ist ein MG-Nest. Der Schütze stand in einem runden Graben und nur sein Oberkörper war über dem Boden sichtbar. Dank der archäologischen Erfassung können wir die exakte Position dieser äußeren Verteidigungslinie der Tobruk-Stände genau bestimmen. Hier steht das Datum, an dem der Stand fertiggestellt wurde. 22. März 1944. So genaue Daten haben wir fast nie. Das ist eine echte Ausnahme. Sehr, sehr selten. Wie Cherbourg wird auch Dieppe im Krieg von den Deutschen zu einer Festung ausgebaut. Bis heute liegen hunderte von Bunkern rund um die Stadt. Manche gerieten in Vergessenheit. Erst kürzlich fanden Archäologen den Eingang eines außergewöhnlichen Bunkers wieder. Im Laufe der Zeit war diese 300 Quadratmeter große Anlage vergessen worden. Im Inneren finden die Archäologen gut erhaltene, ungewöhnliche Wandbemalungen. Dieses Bild macht sich darüber lustig, wie ein anglo-kanadischer Soldat versucht, eine steile Klippe bei Dieppe hinaufzuklettern. Der deutsche Soldat tritt auf seine Hand und setzt gerade dazu an, ihm auf den Kopf zu schlagen, um ihn so hinunterzuwerfen. Solche Propagandabilder sollten in den deutschen Soldaten das Gefühl der Überlegenheit gegenüber den Alliierten wecken. Ein anderes Bild im hinteren Teil des Bunkers zeigt einen schmächtigen Engländer, der einsam mit einer harmlosen Flinte auf seiner kleinen Insel steht und anscheinend vor Angst zittert. Ihm gegenüber stehen deutsche Soldaten mit einer großen Kanone und völlig entspannt. Die Botschaft ist klar. Der Atlantikwall ist fertig. Wir sind bereit, bewaffnet und entspannt. Ihr könnt kommen, wir erwarten euch. Im Juni 1944 schützen 12.000 Betonbauten die Küsten Westeuropas. Hitlers Atlantikwall scheint undurchdringlich. Doch die Alliierten haben keine Wahl. Wenn sie den Krieg gewinnen wollen, müssen sie Frankreich zurückerobern. Nach monatelanger Vorbereitung beschließen sie die Landung an einem Küstenabschnitt der Normandie, nördlich von Caen, 150 Kilometer von England entfernt. Dieses Gebiet hat Vorteile. Sandstrände machen eine Landung der Truppen einfacher und die nahegelegenen Häfen Le Havre und Cherbourg sollen nach der Operation wichtige Transporte erleichtern. So wird die Region zum Schauplatz der größten militärischen Operation aller Zeiten. Operation Overlord. Bis heute finden sich Überreste dieser Schlacht im Boden der Normandie. Im Labor von Burgebüß katalogisieren Archäologen tausende von Fundstücken aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Jedes Stück wird von Experten untersucht und dann gereinigt und analysiert. Bei einer Grabung in Ranville entdeckten die Archäologen Vincent Tessier und Emmanuel Guesquière kürzlich Fragmente von Konservendosen und Gasmasken. Ausrüstung von Soldaten, gefunden bei der Brücke von Benovil. Eine der ersten Brücken, die die Alliierten nach der Landung angriffen. Später wurde sie als Pegasusbrücke bekannt. Diese Truppen waren unter den ersten, die in der Normandie kämpften. Die Fundstücke geben Hinweise darauf, wie sie zu der Brücke kamen. Der erste Hinweis besteht aus Stücken von Plexiglas. Einige Bruchstücke. Und an einem hängt ein Scharniergelenk. Auf einem Originalfoto in einem Nachschlagewerk, das uns bei der Identifizierung der Fundstücke half, kann man das gleiche Scharnier sehen. Es scheint Teil eines Cockpits zu sein. Die zweite Spur ist eine Lampe, die wir bei den Plexiglasstücken fangen. Darauf ist eine Gravur von einer Krone mit den Buchstaben AM. Das stand für Air Ministry. Also wurden diese Dinge vom Ministerium für Luftfahrt produziert und in Flugzeugen verwendet. Es ist wohl eine Deckenlampe. Der dritte Hinweis sind Stücke von einem Flugzeugrumpf, auf denen blau-weiß-rote Ringe mit einem gelben Rand zu sehen sind. Das kennzeichnet das Flugzeug als Bomber oder Gleiter. Und hier haben wir Gleiter gefunden. Der hölzerne Flugzeugrumpf spricht gegen einen Bomber. Diese Überreste gehören zu einem britischen Gleiter, der in den ersten Stunden der Operation wenige Meter neben der Brücke landet. Solche Horsa-Lastensegler transportieren bis zu 25 Soldaten. Sie bestehen aus leichtem Material und werden von Flugzeugen zu ihrem Ziel geschleppt. Man nannte sie daher auch leise Särge. Gleiter bringen am 6. Juni 1944 von Mitternacht bis 6 Uhr morgens Truppen zu ihrem Einsatzort. Die Fallschirmjäger haben zwei Ziele an beiden Seiten der Landezone. Im Westen greifen die Amerikaner Sainte-Mer-Eglise an. Im Osten wollen die Briten Benouville, Ronville und Merville-Françville einnehmen. 24.000 Mann springen mitten in der Nacht mit Fallschirmen ab. Nach Stunden harter und verlustreicher Kämpfe können sie ihre Ziele einnehmen. Dank dieser Operation sind beide Seiten der Strände, an denen die Truppen landen sollen, gesichert. An diesem knapp 80 Kilometer langen Küstenabschnitt soll sich nun Europas Schicksal entscheiden. Das Gebiet wird in fünf Sektoren mit verschiedenen Codenamen unterteilt. Jede Einheit hat ein klares Ziel. 150.000 Amerikaner, Briten und Kanadier landen an den Utah, Omaha, Gold, Juneau und Sword genannten Stränden. Sie sollen bis zum Abend des 6. Juni 1944 so weit wie möglich ins Landesinnere vordringen. Bis heute sind die Narben dieser ersten D-Day-Landung an der Küste zu erkennen. Hier am Pointe du Ocq werden deutsche Geschützbatterien von den Alliierten bombardiert. Tiefe Bombentrichter im Boden zeugen von der Härte dieser Kämpfe. Der sechs Kilometer lange Strandabschnitt namens Omaha ist am härtesten umkämpft. Hier ist der Strand durch Klippen vor dem Wind geschützt, was ihn zunächst zum idealen Landeplatz für die Alliierten zu machen scheint. Der Archäologe Benoit Labbé erforscht die Landung am Bloody Omaha. Er verbindet dazu seine eigene topografische Analyse mit historischen Daten. Am 6. Juni 1944 sollen etwa 34.000 Soldaten an diesem Strand landen. Den amerikanischen Truppen stehen etwa 1.000 deutsche Soldaten entgegen. Wie wir sehen, sind die Deutschen im Vorteil, dank der Landschaft. Der Strand wird komplett von Hügeln dominiert, sodass die Soldaten eine ideale Position und ein klares Schussfeld hatten. Generalfeldmarschall Erwin Rommel ist für die Verteidigung der Küste zuständig. Er hat schnell erkannt, dass dies ein perfekter Landebereich ist. Daher baut er die Befestigungen an diesem Strand aus und verstärkt die Besatzung um 600 Mann. Die Alliierten-Truppen landen bei Ebbe. Nach dem Sprung von ihren Landungsbooten müssen sie 300 Meter weit durch Flachwasser zum Strand warten, im Feuer der Maschinengewehre. Für diese amerikanischen Soldaten war es eine riesige Strecke. Sie trugen schwere Ausrüstung, manchen reichte das Wasser bis zu den Schultern. Um den Strand zu überqueren, hatten sie nur zwei Möglichkeiten der Deckung. Entweder nutzten sie die Hindernisse der Deutschen oder die Körper ihrer gefallenen Kameraden. Für die deutsche Sicht auf die Ereignisse nutzt Benoit Labbé die Memoiren des damaligen Offiziersburschen Heinrich Sewerloh. Am 6. Juni 1944 steht der 19-jährige Sewerloh in einem Schützenloch oberhalb des Strands. In seinen 2004 veröffentlichten Erinnerungen schreibt er, er habe an jenem Tag 12.000 Schuss gefeuert und 2.000 amerikanische Soldaten getötet. Englische Medien betiteln ihn als Bestie von Omaha Beach. Das kann zwar nicht stimmen, da am ganzen Omaha Beach etwa 1.000 amerikanische Soldaten fielen, doch für Labbé sind die Informationen dennoch wertvoll. Schon der Titel des Buches, WN 62, also Widerstandsnest 62, beschreibt den genauen Ort, an dem Sewerloh postiert war. Hier stehen wir am WN 62, einer der 15 Befestigungen am Omaha Beach. Hinter mir sieht man einen Bunker, das war ein Beobachtungsposten. Im Eingang dieses Postens wurde der Offizier unseres Soldaten am 6. Juni getötet. Dieser Oberleutnant Bernhard Frerkin von der 352. Infanteriedivision leitete die Beobachtung. Sein junger Offiziersbursche sollte ihn und den Posten schützen. Als er keine Munition mehr hat, kann der junge Soldat in den Wald flüchten. Verletzt und hungrig ergibt er sich am 7. Juni und kommt in Kriegsgefangenschaft. Er ist einer der wenigen deutschen Soldaten, der die Landung am Omaha Beach überlebt. Eine Armada von Kriegsschiffen soll die Landungstruppen unterstützen und liegt vor den Stränden der Normandie. All diese Schiffe geraten unter Beschuss der deutschen Marineartillerie und der Bomber der Luftwaffe. Von den 5700 Schiffen, die an der Operation Overlord teilnehmen, werden rund 2000 versenkt. Nach der Landung hält die Royal Navy Ort und Zeitpunkt jedes gesunkenen Schiffes fest. Nach wenigen Wochen der Schlacht bleibt in der Bucht des Seines ein gigantisches Forschungsgebiet für Unterwasserarchäologen zurück. Yves Machchalon kennt sich hier nach über 100 Tauchgängen sehr gut aus. Er zeigt anderen Tauchern, wie man Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg erkundet. Heute wollen sie zu einer kanadischen Fregatte tauchen, die am 8. Juni 1944 vor dem Juno Beach sank. Der 88 Meter langen HMS Lawford. Dieses Schiff war eine Art Kommandozentrale, das die Landung einiger kanadischer Truppen koordinierte. Ein deutsches Flugzeug konnte die Luftabwehr am Strand umgehen und ein Torpedo abschießen. Der Torpedo traf die Lawford mit Schiffs und sie sank. Zu diesem Zeitpunkt waren über 100 Menschen an Bord und mindestens 20 von ihnen verloren das Leben. Am Bug des Wracks finden die Taucher eine der Schiffskanonen. Etwas weiter entfernt entdecken sie Torpedos, die gegen feindliche U-Boote eingesetzt werden sollten. 70 Jahre später sind ihre Ladungen noch immer scharf. Das Wrack der Lawford zeigt deutlich, wie das Schiff von dem deutschen Torpedo zerfetzt wurde. Es ist ein Gewirr von rostigen Rohren und Kabeln. Wenn man das Schiff erreicht, ist alles ziemlich unheimlich. Man ist auf eine Sichtweite von nur 10 Metern beschränkt, was alles sehr geisterhaft wirken lässt. Man kann sich die Menschen vorstellen, die hier waren. Wie den Kapitän, der vor all diesen Jahren hier seine Kommandos gab. In manchen Bereichen ist nur der Rahmen des Schiffsrumpfes übrig geblieben. Der Rest wurde von Stürmen und Korrosion weggespült. Am Heck entdecken die Taucher die Achsen der Schiffsschrauben, an denen nun Fischernetze hängen. Die Lawford war einst ein Kriegsschiff. Doch nun ist sie Lebensraum für viele Meerestiere. Nachdem sie die Strände gesichert haben, stoßen die alliierten Streitkräfte ins Landesinnere der Normandie vor. Gleichzeitig bombardieren sie die von den Deutschen besetzten Städte, um sie zur Aufgabe zu zwingen. Tausende von Zivilisten müssen fliehen. In Caen bieten Steinbrüche in der Umgebung der Stadt eine sichere Zuflucht für 20.000 Einwohner. Dort warten sie auf die Befreiung ihrer Stadt. Heute hat die Natur diese Orte zurückerobert. Kaum jemand erinnert sich an die Bedeutung der Steinbrüche während der Schlacht um die Normandie. Eine Gruppe von Archäologen und Höhlenforschern erkundet die vergessenen Schutzräume. Sie wollen wissen, wie die Zivilisten ihr unterirdisches Leben organisierten. Das Team steigt in einen 12 Meter tiefen Schacht ein. Im 19. Jahrhundert wurde hier der für die Region typische Kalkstein abgebaut, aus dem auch viele Gebäude in der nahen Stadt Caen bestehen. Etwas mehr Seil bitte. Gut, perfekt. Anfang des 20. Jahrhunderts wird der Steinbruch ein Lagerraum für die Gebrüder Saint, Besitzer einer Brauerei. Sie legen ein Stromnetz in den unterirdischen Stollen. Als die Alliierten landen, wird den Brüdern klar, dass ihr Lager einen idealen Schutzraum für die Stadtbewohner bietet. Am Nachmittag des 6. Juni 1944 kamen die Brüder Saint aus ihrer Fabrik, um den vom Bombenhagel vertriebenen Einwohnern von Caen die Eingänge zu den Steinbrüchen zu zeigen. Schon bald darauf lebten rund 1000 Menschen hier unter der Erde für ein paar Wochen. Trotz schwieriger Lebensbedingungen blieben manche bis zum 19. Juli 1944. In dieser abgeschlossenen unterirdischen Welt sind die 70 Jahre alten Artefakte sehr gut erhalten geblieben. Es kann emotional sein, wenn unsere Arbeit die Vergangenheit zum Leben erweckt. Es gibt kaum Quellen über die Menschen, die hier Zuflucht fanden. Es war ein kurzer Moment in der Geschichte und die Archive liefern uns nicht viele Informationen darüber. Manche Dinge liefern uns einen Eindruck von ihrem Alltag während des Bombardements, wie das Spielzeug und die Kamera. Wir haben auch einige bewegende Berichte über ihr Leben während des Krieges. Laurent Dujardin ist einer der ersten Forscher in diesen Steinbrüchen, die als Schutzräume dienten. Seine Entdeckungen helfen auch Überlebenden, ihre Geschichte zu erzählen. Meine Untersuchung ermöglicht den Menschen zu sprechen. Es war lange schwierig gewesen, etwas davon zu erzählen. Es war als dramatisches Ereignis erlebt worden und niemand sprach über die Zeit in den Steinbrüchen. Dann entstand bei älteren Leuten allmählich ein Bedürfnis darüber zu reden. Yvonne Trolet ist Gesicht und Stimme des Lebens im Untergrund. Mit 88 Jahren erinnert sie sich noch sehr genau an den D-Day. Damals ist sie eine Schülerin. Eines Tages ändert sich ihr Leben schlagartig. An dem Tag, als Caen heftig bombardiert wird und 300 Menschen sterben. Am 6. Juni 1944 war ich im Haus meiner Eltern. Wir waren gewarnt, weil wir Maschinengewehrfeuer und Flugzeuge hörten. Uns wurde klar, das war eine ernste Sache. Und wir suchten Schutz. Wir mussten aufpassen, weil auch die Deutschen Schutzräume suchten. Und schon den Keller in unserem Haus verwendeten. Yvonnes Familie versteckt sich in einem unterirdischen Stollen, 20 Meter von ihrem Haus entfernt, dem sogenannten Eishaus. Der Schutzraum existiert noch immer und befindet sich nun unter einem Park. Der Schutzraum wird zum Wohnraum für die Familie Trolet und etwa 50 ihrer Nachbarn. Gemeinsam hausen sie in Dunkel und Kälte. Es war schwierig, aber es gab etwas Licht von Lampen und Kerzen, sodass manche Kinder Domino oder Karten spielen konnten. Nach und nach brachten die Leute einen Tisch und Stühle, um es wohnlicher zu machen. Doch immer wieder müssen sie den Schutzraum verlassen, um Essen zu finden. Das Artilleriefeuer kam in regelmäßigen Abständen. Und in den Pausen gingen wir raus. Es war trotzdem sehr gefährlich. Eine der Frauen aus dem Tunnel wurde in ihrer Küche getötet, nur 50 Meter vom Schutzraum entfernt. Daraufhin waren alle sehr vorsichtig und gingen nur raus, wenn es unbedingt nötig war. Am 8. Juni ist Caen das Ziel eines starken Bombardements, das die Deutschen vernichten soll. 2500 Tonnen Bomben fallen in 45 Minuten. Drei Viertel der Stadt werden zerstört. Die ständigen Bomben waren die Hölle für uns. Und es dauerte ziemlich lange. Diese Wand gab uns das Gefühl, sicher zu sein. Wir hielten uns in Panik aneinander fest, als der Boden zitterte. Alles um uns herum bebte. Am nächsten Tag um 6 Uhr nachmittags wird Caen befreit. Die Bewohner begrüßen ihre Befreier begeistert. Zwei Militärfotografen machen Bilder von den Schutzsuchenden im Eishaus, darunter auch eines von Yvonne. Es geht um die Welt und wird zum Symbol des Lebens der Zivilisten im Bombenhagel und der Befreiung Frankreichs. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich an diese Zeit. Ich sage mir, dass wir sehr viel Glück hatten, im Gegensatz zu vielen anderen. Doch nicht die ganze Stadt Caen ist befreit. Die Alliierten können nur den Norden der Stadt besetzen. Im Süden wird weiter gekämpft und die Schlacht um die Normandie zieht sich noch anderthalb Monate hin. Die Alliierten organisieren sich in den Orten und auf dem Land so gut wie möglich. Ruhepausen wechseln sich ab mit Phasen der Erkundung und des Vordringens auf deutsche Linien. Dabei nutzen sie das Gelände so gut es geht, um sich vor feindlichem Beschuss zu schützen. 70 Jahre später kommen Spuren der Alliierten Soldaten bei Ausgrabungen am Stadtrand von Caen ans Licht. Archäologen untersuchen dieses Feld, bevor ein neues Baugebiet entsteht. Der Archäologe Emmanuel Ghesquière leitet die Erkundung. Ist es brüchig? Nein, ich denke es geht. Da sind auch noch einige Metallstücke, sie liegen ziemlich senklich. Ich grabe hier den zweiten Teil eines sogenannten Schützenlochs aus. Soldaten gruben diese Löcher in der Schlacht zum Schutz vor Granaten und den Kugeln der deutschen Scharfschützen. Je nach Größe des Soldaten war das Loch 1,30 bis 1,60 Meter tief und der Aushub wurde als Wall drumherum aufgeschüttet. Die Oberfläche war hier. Das Loch schützt sie bis hier und darüber waren nur Gewehr, Helm und Augen des Soldaten sichtbar, wenn er zielte und schoss. Es ist ein emotionales Erlebnis, weil man sich vorstellen kann, wie das war. Wenn man die Füße genau da hat, wo der Soldat stand und einem klar wird, wie viel Angst sie in dieser kleinen Grube hatten, in der sie jederzeit begraben werden konnten. Man kann ihren Stress geradezu spüren. Der Kampf um die Normandie dauert elf Wochen. Die Alliierten erobern ein Dorf nach dem anderen von den Deutschen zurück. Erst Anfang September ist die ganze Normandie in der Hand der Alliierten. Während der Befreiung werden die Alliierten Truppen von der Bevölkerung als Helden gefeiert. Denn mit ihrer Ankunft ist die Besetzung beendet und die Menschen sind wieder frei. Die besiegten Deutschen geben ein anderes Bild ab. Tausende deutscher Soldaten geraten in Gefangenschaft. Ende August 1944 gibt es 250.000 deutsche Kriegsgefangene, die in eilig errichteten Lagern untergebracht werden. Die Amerikaner bauen das erste Kriegsgefangenenlager der Normandie im Scherburger Stadtteil La Glasserie. 70 Jahre später graben Archäologen es aus. Sie vermessen die genaue Lage der Baracken und finden rund 4000 Objekte, die den Soldaten gehörten. Hier sieht man die Reste eines Riegenmantels, auf dem deutlich PW steht, also Prisoner of War. Das ist der einzige, den wir so gefunden haben. Und wir haben diese sogenannten Hundemarken gefunden, wie die Amerikaner sie hatten. Aber die hier sind nicht für amerikanische Soldaten gemacht, sondern für deutsche. Wurde ein deutscher Soldat gefangen genommen, verlor er seine alte Dienstnummer und er bekam als Kriegsgefangener eine neue. Nach dem Waffenstillstand von 1945 werden die deutschen Kriegsgefangenen Frankreich überstellt und zum Aufräumen der Trümmer eingesetzt. In den von Alliierten zerbombten Orten der Normandie eine Herkulesaufgabe. Insgesamt arbeitet eine Million ehemaliger Wehrmachtssoldaten an Frankreichs Wiederaufbau. Diese archäologische Grabung zeigt, wie sich das Gefangenenlager im Lauf der Jahre verändert. Aus dem 1945 errichteten Zeltdorf wird eine dauerhafte Einrichtung aus Gebäuden, die die Gefangenen selbst bauen. Wir fanden viele Tintenflaschen, die bei Auflösung des Lagers zurückgelassen wurden. Es waren meist amerikanische Marken. Sie zeigen, wie wichtig es diesen Männern war, Briefe zu schreiben. Sie waren auch kreativ darin, Dinge zu ersetzen, die schwer zu bekommen waren. Hier ist ein Schuh, ursprünglich ein amerikanischer Arbeitsstiefel, den sich jemand durch Abschneiden der Ferse zu einer Art Pantoffel gemacht hat. Die Analyse der Objekte des Lagers in La Glasserie zeigt, wie sich aus einem Gefangenenlager ein Arbeitslager entwickelt. Den Gefangenen wurden viele Freiheiten gewährt, fast eine Art Selbstverwaltung in Unterbringungs- und Alltagsfragen. 1948 wird das Lager geschlossen. Die Insassen gehen entweder nach Deutschland zurück oder bleiben in Frankreich. Die Erinnerungen an vier Jahre Gefangenschaft verblassen mit der Zeit, bis die Ausgrabung das Lager wieder ins Gedächtnis ruft. Auch die Spuren der vorangegangenen Kämpfe um die Normandie schwinden im Laufe der Zeit. Doch manche der Funde, die die Archäologen ans Tageslicht fördern, haben eine besondere Bedeutung für sie. Die Leichen vermisster Soldaten. Jedes Jahr werden 10 bis 20 Gräber aus dem Zweiten Weltkrieg bei Ausgrabungen gefunden. Für die Skelette deutscher Soldaten ist nur ein Experte zugelassen. Lucien Tisserand wurde in Österreich eigens dafür ausgebildet, die sterblichen Überreste gefallener Soldaten zu identifizieren. Seit über 25 Jahren verwaltet er den Soldatenfriedhof La Combe für die deutsche Kriegsgräberfürsorge. Hier untersucht er ein Skelett, das kürzlich in der Nähe eines Bauernhofs in Calvados gefunden wurde. Es deutet vieles darauf hin, dass dieser Soldat zur Wehrmacht gehörte. Dies ist ein Stiefel mit einem spezifisch geformten Absatz. Sehen Sie, diese kleinen grau-blauen Knöpfe. Wir fanden auch eine ovale Erkennungsmarke. Und nur ein Land verwendete diese Form. Dank solch kleiner Details können wir sagen, dass dies ein deutscher Soldat ist. Er trug auch eine kleine gefaltete Lederbörse bei sich, mit einem Anhänger darin, einem orthodoxen Kreuz. Das könnte uns Hinweise auf seine Herkunft geben. Die Deutschen haben mehrere Nationalitäten eingegliedert. Dieser Mann könnte Ukrainer oder Grieche gewesen sein. Als nächstes untersucht Tisserand die wahrscheinliche Todesursache. Dieser Soldat muss schwer verwundet gewesen sein, denn er hatte Druckverbände an beiden Armen aus gummiartigem Material. Soldaten wurden nur selten mit ihren Verbänden begraben. Ich denke, er ist verblutet. Beide Arme wurden abgetrennt und er hat auf der linken Seite keinen Beckenknochen mehr. Anscheinend wurde sein Bein bei einer Explosion abgerissen. Lucien Tisserand schreibt über jedes gefundene Opfer einen Exhumationsbericht an die deutsche Kriegsgräberfürsorge. Darin stehen alle Informationen zu diesem Skelett. Sie werden anschließend mit den Archiven abgeglichen. Durch diese mühsame Untersuchung lassen sich manche der toten Soldaten noch heute identifizieren. Ich fühle mit diesen Familien, die in Unsicherheit leben und das Schicksal ihrer Verwandten nicht kennen. Sie fragen sich doch, ob sie überlebten und im Ausland blieben, wenn sie nicht zurückkehrten. Sind sie gestorben? Und wenn ja, wo? Haben sie gelitten? Es ist gut, wenn wir sagen können, wir haben jemand aus ihrer Familie gefunden. Auch wenn die Soldaten nicht identifiziert werden, fühle ich mich besser, weil sie zumindest würdig begraben werden. Als Kurator des deutschen Soldatenfriedhofs in La Combe kommt Lucien Tisserand den Familien der Toten oft nahe, wenn er die Gefallenen identifiziert und sich um die Kriegsgräber kümmert. Sie adoptieren mich ein bisschen wie ein Familienmitglied. Sie lernen mich kennen. Ich passe für sie auf die Gräber ihrer Verwandten auf. Wir knüpfen starke Verbindungen. Ihnen ist es wichtig, dass die Gräber gut gepflegt sind, dass sie in guten Händen sind und dass man den toten Soldaten Respekt zollt. Heute liegen über 21.000 deutsche Soldaten auf dem Friedhof von La Combe. Nur wenige Kilometer entfernt, in Colville-sur-Mer, nahe am Omaha Beach, liegen 10.000 Amerikaner begraben. Insgesamt haben etwa 210.000 Soldaten während der Kämpfe am D-Day und danach ihr Leben verloren. Um besser verstehen zu können, was damals geschah, ist es nach wie vor wichtig, die Spuren der Vergangenheit zu untersuchen. Von kleinsten Alltagsgegenständen bis zu den großen Bunkeranlagen werfen die Erkundungen der Archäologen ein neues Licht auf diese Geschichtsepoche, von der wir nur scheinbar alles wissen. Die Funde sind stumme Zeugen eines Krieges, der die Welt veränderte. Sie sind ein Teil der Geschichte der Menschheit. Sie zu untersuchen und zu bewahren, ist eine wichtige Aufgabe. Nur so können die Ereignisse des D-Day vor dem Vergessen bewahrt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017